was haut mich denn da schon wieder das sind das sind so ganz kleine das sind nur so alter nur so feuer dinge kommen die denn her verdammt alle aus dem nest raus oder so und herzlich willkommen zu einer weiteren folge vom minecraft city 2 projekt mit dem seftech ages modpack nein komm habe ich jetzt richtig gesagt ja also ja dreimal für sich vergeigt die aufnahme aber jetzt sind wir da und wir gehen heute in den meter da unser portal irgendwo hier hinten wäre und es zu nah an dem schon existierenden portal von xela und co ist haben wir uns entschieden wir gehen einfach durch das hier wo wir unseres einfach hässlich in die landschaft pflanzen wir haben das obsidian das habe ich schon gesammelt ich habe zwei oder drei stecks davon flinten stil ist jetzt auch nicht so teuer das hätten wir uns alles leisten können also ich hatte auch schon das in der landschaft gespawnte portal befunden ja da hatte ich auch schon mal welche gesehen glaube ich aber wir haben jetzt mal durch und schauen mal wie es dahinter aussieht ich hänge ja du hast kaputt gemacht ich bin durch du auch der screen kann sich nur noch um stunden handeln handeln ich bin durch siehst du mich schon ja lefte game bis gleich ja da ich bin da du sagst du bist da aber du versteckst dich irgendwie nein ich verstecke mich nicht ich bin hier einfach irgendwo in der pampa nördlich von der festung raus bekommen ja aber dass hier ein portal wäre hier gibt es so viele neue sachen alter ich habe keine ahnung ich habe mich hat gerade schon irgendwas angegriffen was ganz klein war und eigentlich nur ein schatten das heißt die erste aufgabe ist dass wir uns suchen oder ja hier hast du einen atlas und kannst gucken wo du bist ja festung ganz viel festung ja halt ganz norden da ist bei mir keine festung kann man nach norden gehen ich bin im norden der festung nicht als auf der nordseite der festung nicht nördlich sondern auf der nördlichsten seite der festung ah weg gut ich ich verkrümmel mich mal alter ich habe so eigentlich keinen bock auf nether ich komme mal zu dir ich hoffe ich überlebe es jetzt gerade auf der balustrade rum hier sind schon blazes habe ich auch gerade schon ein paar gemacht wir haben hier noch hat auch blazes vor da haben sie mir gelassen ein besonders viel aber besser als gar nichts ich brenne ich bin also man sollte die segmente hier nicht berühren sonst geht man in flammen auf hier ist eine kiste man hier sollte ja eigentlich schon alles leer sein weil die anderen waren ja schon hier ja ich habe ja auch eine kiste die ist schon aber hier ist hier geht es bei mir nicht weiter wenn ich hier oben bin hat ohne den kletterhandschuh wäre ich jetzt in die lava gefallen aber sieht es also schon den kletterhandschuh habe ich auch schon seit ein paar folgen weißt du machst du immer alles und ich krieg nichts davon ab so auf der nördlichsten ecke dann komme ich gucke ich mal ob ich da hinkomme ich habe keine ahnung wo ich hier war eh eh figmen greifen mich an ich habe keine ahnung wo das portal ist oh da ist schön witter ein witter skelett ja meine ich doch voll verkackt witter ich hasse den netter und die pigments helfen mir nicht mal kein gas wie blaze komm her komm her komm her ich brauche deinen puma so kommst du richtung süden dann oder oder ist noch so ein skelett ich kann mich gerne in den süden durchkämpfen kein problem wir müssen uns halt nur mal darauf einigen sonst brennst du den nord nicht nach süden was ich bin eigentlich schon im nördlichsten teil und ich bin auf der festung ja ich auch also in der festung drin ich kann hier nach westen gehen aber ich weiß ja gar nicht wie weit die noch geht wenn du auf die festung guckst ja was schiebt mich denn dieses gras im naja bist du dann relativ weit im osten ne nördlichste ausläufer ja aber da war ich gerade auch norden ist oben ja ja immer davon aus dass wir in derselben festung sind aber ich bin jetzt auch im nördlichsten teil und da würde ich runterfallen ich sehe nichts von dir du bist nicht auf dieser balustrale hast du gerade blazes ausgelöst da ist mir das so ein komisches ding was man nicht sieht oh hat er einen kleinen leck ich bin rausgeflogen das gerade als ich über eine lava und bin das ist unschön also ich sehe die leider nicht okay warte schon wieder so ein ding man sieht die teile nicht die sind so klein man sieht nur dass man brennt okay wir brauchen auf jeden fall blaze powder gell hat man gesagt oh da ist einer sag mir nicht ich hab mein atlas fallen gelassen in dieser aktion ah das sind welche da habe ich irgendwas spinnendes ein spin out gott 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 das sind vier monster zombie pigmen ist nicht mehr wer ich schwere gott ich habe jetzt so kirchenmusik wenn auch haben will ich habe zwei blaze powder wie viel brauchen wir davon äh viel sehr präzise angabe haben wir den leuten überhaupt schon gesagt wofür wir das brauchen ach so nö wir brauchen blaze powder für unter anderem den blast furnace hast du schon mal eine kiste gesehen blast furnace für was denn noch hauptsächlich für den blast furnace also ja genau blast furnace dann stahl ähm hauptsächlich dafür coke ovens haben wir uns schon gemacht weil die kohle eigentlich relativ lange dann eben braucht hier war vorhin noch so ein ich habe keine ahnung wo wir sind oh und ich habe wieder eine der größten fails überhaupt gelandet war ich habe das portal nicht markiert und ich brenne die ganze zeit warum denn überhaupt hier irgendwo raus gekommen ohne dass ich aus dem portal gekommen wäre das ist ja das dumme konntest mich mal hier geht es überall nach unten wenn du da ganz normal läuft dann ist plötzlich kein boden mehr da ich hole uns auch mal ein bisschen netherrack brauchen wir nämlich auch ok ich glaube ich habe den oh gast hast du auch einen gast bei dir nein schade ach das portal ist sogar markiert auf der karte ach das portal ist sogar markiert auf der karte komm schieß doch schieß doch das ging daneben ok nicht ablenken lassen vom ziel wir brauchen blaze powder oder blaze rods mehr blaze powder ja aber aus blaze rods können wir auch blaze powder machen korrekt aber die lassen keine rods glaube ich fallen sondern ich habe so richtig angst hier ich mag den nether gar nicht vor allem weil ich überall runter fallen kann ich könnte auch ein paar fackeln setzen ich sehe dich leider nicht wie kommst du dann wieder zurück ja ich versuche gerade mich zu dir zu teleportieren das lässt das spiel aber gerade nicht zu warum auch immer weil das spiel hat mich an den falschen ort gesetzt ich hätte ja eigentlich kein portal raus kommen sollen hier ist aber kein portal definitiv hier war schon jemand also das kann nicht allzu weit entfernt sein aber ohne anhaltspunkt das problem ist wenn du dich zu mir doch du kommst ja auf derselben höher raus ja ja akzeptiert aber leider meinen soll ich mal probieren hier ist auch nicht ich mach es mal ganz anders dann hier ist auch nicht zu hier ist auch nicht zu sag mal was ist los vielleicht ist im nether abgeschalten damit du nicht einfach so entkommen kannst bin ich bin ich aber bass der standard teleport funktioniert nicht der dimension teleport funktioniert nicht doch jetzt geht's dann komme ich nochmal über das portal rein und da probier mal dein glück hoffen wir das habe ich diesmal nicht falsch versetzt was bist du pigman so warte mal ich hatte hier irgendwo stufen nach unten gefunden da geht es aber sehr weit nach unten so jetzt muss das aber klappen hier ah hier waren die glaube ich genau hier ging die treppe nach unten ich weiß zwar nicht wo es hier hin geht ja hier bin ich jetzt bin ich am portal rausgekommen nicht zu mir teleportieren au au wer hat mich jetzt geschützt ja das sind so kleine wei- äh kleine 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 dinger die sieht man gar nicht richtig ach nee da hinten aus der festung schießen die links auf mich blazes wunder ich bin auch beim äh wo bist du äh ich bin beim portal ja ich sehe dich nicht und ich bin bei einer festung rausgekommen vorhin die war im südosten also da konntest du mich nicht finden gut aber ja jetzt hier ich bin da oben jetzt sehe ich auch mal deine rüstung die habe ich vorher nämlich nicht gesehen ja repariert sich gerade von selbst hier war ich oh hier ist ein wither skeletten ja komm her komm her da habe ich auch schon ein paar hinüber geschickt wo fällt mir da runter oh ja wow das war ziemlich unglück was ich gemacht habe wow hol die wahl äh ich habe jetzt vier powder ich habe zwei ich guck gerade mal wir brauchen für ein oh gott wir brauchen glaube ich 27 ne nein wir brauchen neun stück insgesamt ich habe vier wie viel hast du zwei vier mal sechs ja da brauchen wir noch drei und dann haben wir das kapitel für das erste abgeschlossen ok äh wie viel noch noch drei ok aber ich finde auch keine kein spawner irgendwie ja schon irgendwo aber im spawner wäre es halt finde ich irgendwie einfacher ach hier war ich schon den könnten wir immer so den habe ich immer so schön eingebaut die spawner und das mag mag ja und da ist auch einer na komm hoch und die klettert wirst du schon wieder gestorben hat jemand eine seltsame treppe gebaut und die dann so dass wenn man abrutscht dass man nicht auf die untere stufe trifft sondern in die lava also so eine ganz enge treppe die war aber schon die habe ich nicht gebaut nicht aber ich von ihren anderen jemand ich dachte die wer da schon gewesen das ist keine die normal sparen die wurde gebaut ich kann keine nette rick abbauen niederquart aber ich bin zu schlecht ich habe schon welchen passiert ich hier aber ich habe welchen ich habe ich habe die branche stimmt nicht brauchen wir nämlich auch noch ja habe ich schon das ist ja nicht das problem auf den quad und dann schaut hier oben im wähler an was die was die wähler sagt ob das abbauen kannst du dann kann ich nicht aber das ist ja eben das netto crowds or harvestable x tier 3 und mit meiner spitzhacke auch nicht ich bin zu schlecht bei mir ist hausflüge hausflüge ich bin auch noch stirbt doch endlich aber du hast doch nein ich brennen du hast doch auch ne brose spitzhacke oder nicht nee ich habe nur swift pack was von den west pick die ist aus dem between lands ich habe auch keine zweite mädchen abgeben könnte also insofern ja aber mit dem mace breaker hätte ich die wahrscheinlich auch klein gekriegt ja wahrscheinlich mace breaker hatte ich dir mal einen gegeben ja der liegt zu hause das habe ich mir auch gedacht das habe ich denn da gelassen angst gehabt wird schon verlieren nein bei mir hängt dass mich in friedenspänner ich will mir nichts zu tun haben was haut mich denn da schon wieder das sind das sind so ganz kleine das sind nur so nur so feuer dinge kommen die denn her verdammt alle aus dem nest raus oder so ich und du hast spaß in neta ja aber brutal so ich hole mir jetzt noch ein bisschen glows down oh nein mutterspinne eine neta ternmüte nein nein ich will nicht sterben wenn ich wenigstens wüsste woher die viecher kommen aber ich weiß es nicht wahrscheinlich hier raus ich habe eigentlich keine ahnung wir müssen noch ein paar blazes killen aber irgendwie tauchen bei mir keine auf ich weiß nicht mal wie das heißt das greift mich immer an und ist so klein dass ich nicht sehe wie das heißt das ist so ein orangener wurm so klein ja ich sehe kein wurm aber ich vermute dass es einer ist eine neta thermite die hat mich eben auch angegriffen ja man sieht sie kaum so ich habe sieben blaze pulver ich habe zwei immer noch zwei sind wir bei neun damit sind wir im prinzip erst mal fertig dann mache ich mich mal gemütlich auf den weg nach hause wenn ich das schaff das portal ist in der richtung 9 gegengesetzt ich bin oben auf dem auf der festung da hinten ist es dumm 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 wo ging es jetzt hoch da nicht ja ich bin hier bin ich glaube ich runter gekommen ah hier sind auch komm der blaze meint der kann mich hier hauen also ich warte auf dich im portal ok ich bin gleich da naja ich habe hier nur Zeit ich muss erstmal noch einen abfüllen ich sehe deine roten punkte das ist aber schön muss ich nur noch irgendwie hochkommen na warte komm wir machen so ähm ja ich sollte halt in die richtige Richtung laufen ja so ich alter soll jetzt nicht runterfallen dann ist alles gut achi plumps so ich bin da ich bin gerade durchs portal tschüss netter verschwinde komm bald wieder der netter der stresst mich ja toll wo sind wir denn jetzt rausgekommen bei den andern aber da war noch kein portal ganz gewiss war hier noch kein portal also hier ist niederkram sieht so aus als hätten die das angepflanzt kann mich durchaus vorstellen dass das von denen ist ne ne portal war keins weil ich hatte das schon ich war hier letzt da war kein portal ok so aber dann könnten wir doch gleich mal hier noch was zeigen hier im moment ist nämlich noch hier noch jemand da vielleicht hier irgendwo gerade eben bei den anderen bei den schafen und beim anderen feld wir haben hier ein neues mega feld nie wieder die zombies gehen aufeinander los nie wieder hunger nie wieder zu wenig wolle oder zuckerrohr außerdem ist der aufgang hier mal ich habe hier mal ein bisschen breiter gemacht den rauchen wir nicht mehr rein müssen ähm hier müssen wir nicht mehr rein aber wir werden die maschinen hier umstellen und zwar hinten in ein neues gebäude das ihr noch gar nicht gesehen habt verzeiht ihr aber wir könnten jetzt mal kurz den blast furnace machen oder wir sollten alle ressourcen jetzt vorrätig haben äh wir brauchen dafür noch netherbrick und das wird äh ein problem warum weil wir dafür ein stoked kiln brauchen haben wir den nicht nein nein wieso finde ich den nicht weil das ein in anführungszeichen multiblock ist ne weil ich ihn falsch schreib wie immer killen es gibt kein stoked kiln als gegenstand ah jetzt kiln brick aber ne warte mal komm den kriegen wir auch hin dreimal dreimal drei zack davon was brauchen wir noch nein nicht der killen brick von immersive engineering das hat mit dem stoked kiln nichts zu tun achso na wie geht der dann ich sehe den gar nicht da müssen wir moment wir haben jetzt die enter the nether gemacht dann machen wir jetzt erstmal den filtered hopper das ist der nächste und dann der hibachi wenn wir den hibachi haben ähm dann kommen wir zum stoked kiln das ist nämlich eine etwas kompliziertere angelegenheit filter top ja also sehe ich den wieder nicht das kann ich dir nicht sagen der filter top wenn du filtert eingibst ist der ganz oben links der allererste ah doch den hier den hatte ich schon mal gesehen ähm ja gut den machen wir kurz außerdem wollten wir noch tanks bauen hinten für das äh pssst verrat's noch nicht ok und dann in der nächsten folge weil hinter dieses haus werden wir heute nicht mehr gehen denke ich hast du holz schon geholt holz? nein dann mach ich mal kurz den filtertopper mach das ähm davon brauchen wir was so dann müssen wir die noch mal klein machen und irgendwo hatte ich eigentlich schon mal zwei zahnräder noch aber die sind irgendwie verschwunden bei deinem organisationstalent wundert mich das jetzt nicht wirklich ach komm so schlecht ist es gar nicht in drei millionen kisten wirft nein 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 hey wer hat hier die organisation übernommen? ja die dachten die du sortieren willst sind sortiert das ist alles wunderbar aber warum ist denn jetzt hier zum beispiel in dieser holz einzelteile kiste ein block of coal cobwebs äh chameleon oakleaves weil man das hier alles braucht mhm sorry musst du denn zombie sorry dass ich kein bock mehr auf dein gelaber habe ja 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 ähm gut dass du meinem gelaber nicht davon laufst ich hab mal grad äh ein problem und zwar vermute ich mal dass bei der rückkehr aus dem nether sich mein aufnahmeprogramm die zeit aufgehängt hat wenn es nur das ist ich hoffe man hat dann mal die bones weg hier und ich brauche nochmal vier zähne na guck da redet da sagt er hier ich stelle immer irgendwelche kisten auf und dabei macht das selber ja irgendwo muss ich ja mein ganzes nether kram hinbekommen falsch nähe ach ich brauche diese antrennen ich brauche dieses zedern red cedar holz ich hoffe mal dass wir dafür noch weil ich es habe jetzt jeder wofür äh fürs zahnrad nee zahnrad kannst du in der säge machen mit jedem holz du hast keine red cedar holz doch das sagt er mir das nein mit dem normalen klick mal auf zahnrad jetzt geht es mit dem normalen ging es gerade nicht das obere rezept mit den büffelzähnen also in der säge ja säge toll machst du einfach einen corner sägst du bis zur corner und dann die corner sägst du nochmal und dann bekommst du wurden hier bei raus zu spät und dann das und zwei davon ich habe ihn so was brauchen wir jetzt in die die am besten neun stück davon konzentriert hellfeier und wie kriegt man das machen wir über den cauldron und so brauchen wir das hellfeier das und das hellfeier das müssen wir über den filter topper machen und dazu brauchen wir werden bis zur nächsten folge das wohl tun ja vor allen dingen weil das sehr nervig ist das zu machen und gefährlich vor allen dingen den filter topper stelle ich mal unten rein den stellst du bitte ins freie warum das kann ich dir gern mal zeigen aber oh nee da geh ich jetzt nicht raus tschüss ja macht der wumms ja ok wenn man es überdreht macht der wumms ich jetzt mal schlafen und wir werden bis zum nächsten folge diese hibachis fertig machen und jo immer unpassend achso es muss noch jemand schlafen bin schon dabei nein so also vielen dank mal wieder fürs mithelfen beim neto ich kann dir grad mal warte mal bleib mal hallo bleib mal stehen ich geb dir grad mal die blaze powders noch und wenn es euch gefallen hat dann like, abo oder kommentar und bis zur nächsten folge dann bei Ciao.